Ich bin Adrian Gander, ich bin 32 und in Nidwalde aufgewachsen. Wir sind hier in meinem Atelier und hier mache ich all meine gestalterischen Aufträge, quasi die Konzeption aller Kunstwerke oder auch die Realisierung von Leinwänden, Planung, das ist der grösste Teil der Arbeit. Als Kind wollte ich immer Pilot werden, wie die meisten. Später habe ich mich für Grafikdesign entschieden und Kunst gemacht. Jetzt bin ich freischaffende Künstlerin. Wenn man Sachen gestalten kann, kann man auch komplette Freiheiten nutzen. Das ist von einer Art vergleichbar wie Fliegen. Man ist auch völlig frei und kann seine eigenen Ideen ausdrücken. Man hat einen eigenen Gedankenraum, den man realisieren kann. Das ist immer auch ein spannender Prozess. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man hier sein kann. Das ist für mich fast wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass so ein Projekt möglich ist. Ich glaube, man merkt es mir immer noch. Es ist ein Gefühl, das ist schwer zu ausdrücken. Man hat mich in Tenden. Vielen Dank.